Heute habe ich was Jans besonderet für Sie, liebe Zuschauer, direkt aus den USA, den Glitchi, der Universal-Reinigungsschwamm mit Mikrofasern. So, wir haben hier mal was vorbereitet. Sie kennen das alle. Rostchen, Metallkolben, die überall im Haus herumliegen. Kann man sich ja eine schöne Verletzung holen. Wir werden das Ding jetzt mal auf Hochglanz bringen. Sehen Sie, wie neu blitzeblank poliert das stramme Rohr. Aber viele sind nicht mehr da. Zugreifen, anrufen. Dann jippe zu jedem Glitchi ein kostenloses Flutschi-Reinigungsschwamm.